Was geht ab? Mein Name ist Wassermann und mein Punchline-Quiz mit Guardian9 ist draußen, checkt ab. Yo, was geht ab? Wir sind hier beim Punchline-Quiz bei Splash. Wir sind KDK und wir sind heute mit Wassermann. Und wir werden dir ein paar Punchlines Fragen stellen und mal gucken, wie du so abschneiden würdest. Bist du aufgeregt? Ja. Hast du aber Lust? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann würde ich einfach mal direkt mit der allerersten Frage starten. Auch fremd, wenn du hier aufwächst. Lauf weg, lauf weg. Absalon. Ey, okay. Es fängt schon mal gut an. King. Stabil. Schade, dass du mal so kurz bist. Shoutout. Aber ja, sehr gut. Eins von eins. Die war ein bisschen ahnbar, dass du die schaffst. Ja, das war schön. Ahnbar, Junge. Was geht? Ich bin Hamburger, man. Sorry. Bist du ready für die zweite? Yes, sir. Okay, killer. Die geht folgendermaßen. Hunger in meinem Bauch. Ich habe vergessen, wie man isst. Aber gib mir noch ein Jahr. Ich habe vergessen, was das ist. Ist das Ansu, Sohli oder Kwame? Boah. Es könnte Ansu sein, weil das so deep ist. Und er so diebe Texte hat. Sohli. Boah, Digga. Das ist peinlich, wenn ich das jetzt nicht richtig habe. Geht. Geht? Ja, mein Ziel ist eher 5 von 10. Ja, genau. Deswegen ist das cool. 5 von 10 ist das das Goal. Hunger in meinem Bauch. Ich glaube nicht, dass es Sohli ist. Ich glaube. Boah, Kwame. Ich sage Anso. Das lockst du ein? Nein, warte. Es könnte auch Kwame sein, aber aus so einem Boom-Bab-Beat. Musst du wissen, ne? Ich sage Kwame. Okay, Baba. Dann lock ein. Und schieß. Oh, shit. Es ist Sohli, ja? Ja, ich kenne sogar den Track Shit. Wie heißt das? Vergessen. Ich kenne nie einen Track Shit Namen. Der heißt, ich wünschte, es würde mich kümmern. Von letztem Jahr. Shoutout Sohli. Okay, die nächsten Fragen kommen von dir. Ja, Mann. Einen von zwei. Hast du richtig? Hast du Bock auf die dritte Line? Yes, Sir. Okay. Schreibe weiter Bretter, denn die Scheiße muss konstant kommen. Ankommen muss an die dicken Bündel rankommen. Ist das Ufo361, Luciano oder Tom Hanks? Die ist einfach. Warte mal, ich kenne den Track. Ich glaube, Tom Hanks. Okay. Dann locken wir ein. Wollen wir mal. Ich muss vorankommen. Schreibe weiter Bretter, denn die Scheiße muss konstant kommen. Ich habe hier schon die Gleis. Ich glaube, Luciano vorankommen ist ein älterer Song. Das ist 2017. Okay, wow. Aber ich höre auch nicht viel Luciano. Shit. Aber ich kannte den Song, weil den Song feier ich auch sehr. Wen feierst du sonst? Wen hörst du so in Deutschrap? Oh, Digga, viele. Viele, viele, viele. Absalon offensichtlich. Absalon, safe. Das ist der Untergrund. Sehr viele Leute, die sehr krass sind. Rapcar, Musso hat jetzt ein Album gedroppt. Übergeil. Voll. Du fährst noch auf. Ja, sein Song Autobahn. Fails. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Ey, nice. Dann kommt die vierte Punch-Lite. Was für nice verkackt die ganze Zeit. Warum? Du meintest fünf von zehn. Ja, fünf von zehn. Stimmt, wir schaffen das noch. Safe. Okay. Hätte ich auch Kontostand mit sechs Nullen, würden sie mich trotzdem immer noch aus meinen Bands pullen. Tarek, Rapcar, Juju oder Nisi, 19? Ich glaube, das ist Tarek. Tarek, da fahren wir rein. Hätte ich auch einen Kontostand mit sechs Nullen, würden sie mich trotzdem immer noch aus meinen Tarek. Yay, du hast recht. Was machst du so? Rapcar, Bon Voyage. Nice. Sehr gut. Sehr geiler Track. Auf jeden Fall. Rapcar, so krass talentlos. Pisten gehen raus. Gestern bei denen im Studio gewesen. Jeder Track, den die gezeigt haben, hat Hitpotenzial auf jeden Fall. Kranke Leute. Okay. Fünfte Line. Nicht vor allzu langer Zeit musste ich Vakuumpakete festschweißen mit Glätteisen. Danke, lieber Gott, für die Musik, denn sie konnte mich... Sie konnte mich zurechthalten, oder? Und das ist von? Ja, jetzt kannst du noch mal die Option sagen. Ich kenne mal Songs, ich vergesse. Die Optionen sind Kalim, Capital Bra und Rezi. Kalim. Kalim, glaube ich. Ich höre es in seiner Stimme in meinem Kopf. Okay, dann spielen wir das mal ab. Nicht vor allzu langer Zeit musste ich Vakuumpakete festschweißen mit Glätteisen. Danke, lieber Gott, für die Musik, denn sie konnte mich recht leisten. Boah, harter Beat. Sehr guter Flow. Der Song ist sehr krank. Ja, okay, dann waren das jetzt drei von fünf. Sehr stabil auf jeden Fall. Das sieht doch auf jeden Fall nach mindestens fünf aus, wenn nicht... Hoffentlich. Acht. Wer weiß. Wir beruhigen uns wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, easy. Druck. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Nächste Line. Ey. Ja. Ich habe mich selber hochgebracht. Scheiß auf Major. Ich habe bewiesen, dass es ohne klappt. Ufo, oder? Also, willst du das direkt einloggen? Nein, warte. Sag die Option. Rin, trete mal einen Ufo. Ich glaube, das ist Ufo. Ich habe mich selber hochgebracht. Da, da, da. Ja, ich habe dich selber hochgebracht. Yes. Ja, ich habe dich selber hochgebracht. Ja, ich habe dich selber hochgebracht. Ja. Auf jeden. Das war hoch. Und das war... 4 von 6. Ja. Kennt diese Streber, die sagen, ich habe verkackt? Mhm. Das haben wir vorher gesagt. Damit man nicht zu viele Erwartungen hat. Aber die Fragen sind eigentlich auch... Die sind sehr fair, ja. Die sind wirklich fair. Gucken, ob du das bei der siebten Tanschlein immer noch sagst. Shit. Nein, ich glaube, das geht klar. Du saßt noch nie in Handschellen in einem Sixer vor der Tür mit Mamas Balkon in dem Blickfeld. Karamell 1.9, Nisi 1.9 oder Shindi? Rein logisch, wenn Karamell und Nisi beide schon in den Optionen sind, müsste es, glaube ich, ein von den beiden sein. Weil Shindi passt da nicht so rein. Wer von den beiden? Shindi ist raus für dich, sagst du? Nisi ist ja meistens so Double Time, ne? Ich glaube, 50-50 geraten Karamell. Karamell? Okay, dann hören wir mal rein. Du saßt noch nie in Handschellen in einem Sixer vor der Tür mit Mamas Balkon in dem Blickfeld. Ja, Karamell, Lagerfeld. Ich glaube, das ist von seinem letzten Album dann, oder? Das willst du mir doch ganz nett zeigen, oder? Ja, das will ich dir zeigen. Ich finde sein letztes Album... Wie hieß der Track? Der Track heißt Lagerfeld. Ach so, ich kenne den sogar. Shit. Ja. Für jeden. Achte Punchline. Let's go. Es ist egal, wie viel Geld ich auch mache. Ich teile alles. Ohne euch bringt es mir nix. Absalon, Pashamim oder Longus Mongus. Es ist mir egal, das könnte Longus sein. Warte mal. Kannst du nochmal? Es ist egal, wie viel Geld ich auch mache. Geld ich auch mache. Doch, das ist langus. Das ist langus. Das ist langus. Das ist direkt aus dem Flow. Alles klar, dann hören wir mal rein. Es ist egal, wie viel Geld ich auch mache. Ich teile alles ohne euch bringt es mir nix. Hit, Brudi. Ein, zwei Cent mit Z. Ich habe mich vorhin kurz vorbereitet auf meinen Kater und ich habe Deutsch-Rap-Untergrund die Playlist angemacht, weil ich war so egal, wer war es da mal bestimmt. Das war der erste Song, der da... Ich glaube, das ist das Cover-Song oder so. Also, es hat was gewonnen. Schafft. Longus stark. Wie viel haben wir jetzt? Du hast fünf von acht oder sechs von acht sogar, oder? Sechs von acht. Sechs? Hey. Wir haben ein Ziel schon mal erreicht. Wollte ich gerade sagen. Killer. Du machst das Ziel hinaus sogar schon. Das Ziel war fünf. Krass. So muss es sein. Okay. Mein Typanschlein. Chill mit Lucy und Nisi. Ich bin Litti. Ja. All die Rapper, Amateurhöfte, alle Shitty. Ist das Casimir, 1-4-4-1, AST oder Fergie, 5-3? Ich kenne das irgendwoher. Jim mit Lucy und Nisi. AST hat einen Song mit denen auf jeden Fall. Casimir hat, glaube ich, auch einen Song mit denen. Fergie kenne ich nicht. Fergie ist auch aus Bonn, so vom Sport-Records-Camp. So Johnny Five, die Leute. Ich warlie gerade zwischen Casimir und AST. Aber sagt Casimir Litti? Das wirst du uns verraten. Litti. Er sagt viele verrückte Sachen. Aber Litti könnte darunter sein. Aber wer weiß, ne? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt es. Shit. Okay. Ich sag einfach Casimir auf gut Glück. Okay. Aber ich hab das Gefühl, es ist falsch. Wir hören rein. Das war AST. Und das ist AST. Und der Track ist mit Lucy und Nisi. Also bitte. Also bitte. Das hättest du auch wissen können. Shit. Dann kommen wir zu eurer letzten Line. Seid ihr alle ready hier im Raum? Berlin. Okay. Okay. Die letzte Line ist U. Nur ein kleiner Ratschlag. Kein Mann dieser Welt macht dich zum Star, Schatz. Ist das Shirin David, Badmouse Jay oder Nura? Super. Kannst du mir das im Badmobes Flow vorstellen? Dieses U? Ich glaub nicht, dass Shirin U sagt. U. Ich hab's auch ein bisschen wie Blickpad ausgesprochen. Ja, ich dachte auch. Erstmal ist das so. Nur ein kleiner Ratschlag. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Arai. U. Ja, wir hängen da. Oh shit. Okay, ich muss da auch gessen. Ich sag Badmobes, weil ich es in ihrer Stimme irgendwie hören kann. Okay, loggen wir ein. Ey. Das ist Shirin, oder? Was? Das war Shirin David, Mann. Hä? War das gerade Shirin? Ja. Warte mal. Ah, das ist von Ich darf das, ne? Komplett. Egal. 6 und 10. Damit hast du gerade gelettet, dass du wenigstens wusstest, welcher Track das war. Ja. Stark. Okay, ey. Aber, wie gesagt, übers Ziel hinaus. 6 von 10. Shoutout auf jeden Fall. Kein Applaus. Killer. Stabil. Dankeschön. Danke, danke. Wer weiß, vielleicht kommst du nochmal rum und dann machst du die 10 von 10. Yes, Sir. Mal schauen. Danke, Leute. Dankeschön, dass du hier warst. Das war das Punchline-Quiz mit Splash und mit Wassermann und mit KDK. Und wir sehen uns bald. Ciao, ciao. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk